Ey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Mini-Boom. Das ist ein Spiel namens Black Ops 2. Ich habe es mir vom Domi wieder mal ausgeliehen, weil er auch Black Ops 1 gegeben hat. Aber ich glaube Black Ops 2 kriegt mir ein bisschen mehr Aufrufe und ich glaube es wollen noch ein bisschen mehr Leute gucken. Mensch, die Kamera steht die ganze Zeit schon schief und keiner weiß warum. Naja, machen wir einfach mal so. Wir zocken auf Carrier. Ich habe jetzt ein bisschen eingespielt das Spiel. Ich bin jetzt Level 8. Nein, ich höre hier Leute, warum die Kamera schief ist, fuckt mich nicht. Ja, so ist es doch passen, oder? Es ist echt scheiße, dass die Kamera so schief ist. Wieso spielen wir jetzt Stand-Off, Alter? Das kann man uns aber kennen. Auf jeden Fall ist es ein Live-Kommentary. Ihr werdet bestimmt wieder ein paar Ausraster von mir hören. Vielleicht. Ich zock mit der PDW. Mit dem Laser Visier. Als Killspix habe ich Drohne, Hunterkeller und Blitzschlag, weil ich das Spiel erst einspiele. Und zock mal los. Ich glaube, wenn ich die Kälte wieder weise. Ich glaube, wenn ich die Kälte wieder weise. Alter, was soll der Scheiß? Die Sniper-Sau, Alter. Naja, ich habe das Spiel regt mich halt auf, weil so viele Leute kämpfen, Alter. Was soll der Scheiß? Ich brauche, fickte Hure, Alter. Steht eine Leiche. Ich habe das Spiel regnet die Kälte. Ich bin der Kälte. Geh mal nicht auf den Tag, du Arschsohn! Deine Mutter vergewaltigen, du Arsch! Scheiße, Kinder, ne? Wieso muss ich sterben? Wieso? Scheiß Sniper Sau! Jetzt gibt's Stress, Alter, jetzt gibt's Stress. Scheiße, Kinder, ne? Da wie die über snipen, ne? Als ob sie nichts könnten, die können auch nichts, weil sie bloß in Eikestellung klappen! Scheiße, Kinder! Was soll der Scheiß? Schau mal an, wie die hier erkennt, ne? Das ist schon gar nicht mehr erträglich. Oh, fein, befördert, Alter. Was aber? Geh mir nerf! Kevin, lol! Nicht, wo bist du eigentlich? Nennt sich Kevin, lol! Schwule, Ratter, Alter! Wie lang sind das Scheiß-Ding, wenn man nachlädt, Alter! Boah! 7 zu 7, Nell! So, was gibt es doch nicht, Alter! So schlecht darf man gar nicht spielen, eigentlich. Ist doch illegal, oder? Aber da, du, Mensch! Wieso verrägst du da, Hund? Im Scheiß-Game! Mensch! Die Käpt'n sowas von, diese Kinder, äh... Scheiß-Alumus, ey! Da! Dies ist meine... Der Stand kann ein eigener Spieler von mir! Mann, ey, der ist so blöd auf zum Passwort! Schau an, Alter, wie blöd der ist! Hier ist schon mal wieder der Käpt! Ey, das ist nicht auszuhalten in dem Spiel. Nicht auszuhalten. hmm! Der Hellstorm-Akat, der itu Wnasel führt, aber ich... Hier flieb wieder auf mich. Was? ... ... ... weil sie mit so kleinen Kindern bestimmt mitspielen... ... so dass die da hinten hüben in der Ecke... Ich kenn doch das schon mittlerweile, so kleine, wirklich kleine Furzkinder, die nicht mehr Call of Duty sagen können, weil es ist schon viel zu schlimm im Englisch ist für die. Viel zu schwer zu sagen. Hä? Ja! Klar! Ich tue auch so gut slide, du Fotze! No Scope, Alter! No Scope! Scheißkinder, Alter! Ich bin doch behindert. Oh, wenn ich das schon wieder sehe. Wenn ich das... Ja, schauen, wie der da wieder rumkämmt. Immer in der gleichen Stelle rumzuhocken. Scheißkinder, Alter! Scheißkinder, Alter! Ich rede jetzt auf, dass die Kamera so schief ist, ey. Schon lange dauern, bis ich mal was Gutes hab, Alter. Ja, rennt der mal, Alter. Scheißkinder, Alter. Alter, das Spiel ist doch für einen Arsch. Ich kann so behindert wie ME3. Jetzt reicht's mir, Alter. Jetzt reicht's mir, ehrlich. Ich snipe mir mal die kleinen Kinder weg. Ich hab doch nie gequickscopped auf dieser Map. Oder auf überhaupt irgendwie, wie ich meine jetzt in dem Spiel. Ich weiß nicht, wie das funktioniert oder was man da machen muss. Also doch, ich hab schon mal versucht, so kurz zu kommen. Da hab ich einen getroffen, aber das ist einfach sau schwer, ey. Wo bin ich denn? So, geht das? Wie geil. Boah, da macht das Spaß, Alter. Noch geiler als den Black Ops normal. Ein bisschen rumluben hier in der Ecke. Okay, das wird kein gutes Video. Jetzt macht das Spaß, das Friskop, Alter. Fick nicht! Du scheiß Camper! Geht's mir ein, kommst du auf die Ecke! Ist euch komplett gestört! Fick deine Alter, du Kind! Weil du keine Hobbys hast und mich töten musst, Alter. Kleine Kinder! Der Sporn, ey, der regt mich genauso auf. Da, wie der wieder Harzgob, Alter! Das geht gar nicht! Ey, der guckt dann richtig lange ins Visier und wartet. Na, komm, die Sau, mal, Alter! Harzgob, das ist so richtig... Du musst wenigstens Trackshot bringen, Alter, dass du leichtes Visier siehst. Aber Harzgob, Alter, nein! Gut, auf die Distanz darf man Harzgob mit dem Bruder erlaubt. Wo reingen die ganzen Noobs rum? Ich war schon längst hinter dem roten Ding, ne? Habt ihr das gesehen? Du hängst schon längst dahinter. Fällst trotzdem noch rum. Da, schon wieder! Schon wieder! Wie er es erkennt! Alter, richtig schlimm. Gehst du mal hoch? Scheiße, oh, Alter. Da, schon wieder! Da hab ich die Camp, Alter! Der Camp, Alter, was schauen? Boom! Ey, das ist schlimm. Das hältst du nicht mehr aus in dem Spiel. 17 zu 16 mit der Sniper, dann ist richtig schlecht. Der kommt ja mal raus, Alter! Das tut ihm Harzgob nicht, Alter! Fick dich doch mal zum Scheiß-Camp, Alter! Du bist doch total beschissen, oder was? Boah, Hitmarke, Alter. In den Kopf, eine Hitmarke. In den Kopf, eine Hitmarke. Hab ich auch noch nie gesehen, Alter. In den Kopf, Alter. In den Kopf, Alter. Bei wann gibt man Online-Trophäen, Alter? Da hab ich noch nie gesehen. Da! Das Ding, der guckt mich gar nicht an, ne? Die Kugeln fliegen einfach irgendwo hin! Scheiß Arsch! Wo bin ich denn jetzt, Mensch? Scheiß Spawns-Rap, Alter! Manche Spawns sind auf der Tat für den Arsch. So wie der gerade. Boah, haben wir hochhauen, aber wir haben schnell verloren, oder? Alter, nein! 21 zu 18. Hälfte der Sniper, hälfte der anderen. Scheiß gezockt, Alter! Ist doch total für den Arsch. Ja, hier, wenn du es mir wieder anguckst. Hunter-Kill-Darton, Alter! Scheiß, die ganze Zeit! Naja, der fette Sau. Hälfte der Sniper, hälfte der Sniper, hälfte der Sniper!